So versammelt ihr euch vor mir, hungrig, verzweifelt, drückt eure Kinder an euch. Kaiser M. hier hat seine Legionen in unser Lande geführt, die Festungen bis zu den blauen Bergen belagert. Tollwütig reißt er Stein um Stein heraus. Männer des Nordens, ihr steht am Abgrund. Eure Könige haben versagt. Nun ruft ihr die Götter an. Und doch fleht ihr nicht, ihr kniet nicht, streut keine Asche auf die Häupter. Nein, ihr heult. Warum haben die Götter uns verlassen? Dies sind die Proben, die wir einst nicht bestanden. Denn vor langer Zeit verband sich diese Welt mit einer anderen. Sphärenkonjunktion nennen die Gelehrten den Aufruhr. Die Götter ließen unheilige Kräfte in unsere Domäne. Frucht des Kataklysmus war auch die üble Macht namens Magie. Doch verbanden wir sie nicht, sondern studierten das böse Rätsel, Macht und Wohlstand lockten. Und die Monster auf der Schwelle? Die bösen Relikte der Konjunktion? Trolle? Leichenfresser? Wehrwölfe? Erschlugen wir sie? Oder überließen wir die Bürde anderen? Sogenannten Hexern? Weisen, in lästerlichem Ritual mutiert und in böser Zauberei unterwiesen. Monster sollten sie schlachten, obwohl sie gut nicht von Böse unterschieden? Die Menschlichkeit in ihnen war lang erloschen. Wahrlich. Es sind nicht mehr viele, die heute noch umherziehen und ihr blutiges Handwerk feilbieten. Doch bis heute beschämt uns ihre Existenz. Der Norden blutet im Krieg unter der Peitsche der Götter für unsere Sünden. Und denken wir auch an die Schrecken von jenseits dieser Welt? Jeden Vollmond zieht die wilde Jagd über den Himmel. Sie entführen unsere Kinder ins Unbekannte. Mancher meint, sie künden von einer zweiten Konjunktion. Finden wir den Weg zurück ins Licht? Können wir die Magie in unserer Welt bangen? Können wir uns um die Wärme des ewigen Feuers sammeln? Die Zeit von Schwert und Axt ist nah. Niemand kämpft diesen Kampf für uns. Die Zeit von Wahn und Verachtung ist nah.